Jan Karl Raspe war ein deutscher Terrorist und eines der führenden Mitglieder der ersten Generation der Rote Armee Fraktion. Er war an fünf Bombenanschlägen mit vier Todesopfern beteiligt, wurde 1972 verhaftet, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und starb 1977 durch Suizid in der Haft, Leben, Jugend und Studentenzeit. Jan Karl Raspe wurde als Sohn eines Fabrikanten geboren, sein Vater starb bereits 1944. Jan Karl Raspe verbrachte seine Kindheit in Ost-Berlin. Nach 1961 lebte er bei Verwandten in West-Berlin und bestand 1963 DK Sekunden Abitur. Er studierte an der Freien Universität zunächst Chemie, später Soziologie. 1967 trat Raspe dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund bei und wurde Mitbegründer der Kommune II. Später schloss er sein Studium mit dem Diplom. Ab und zog mit seiner Freundin Marianne Herzog zusammen, die mit Ulrike Meinhof befreundet war, RAF Aktivitäten. 1970 wurde ihre Wohnung zunächst zu einem Zufluchtsort der Gruppe, bald nahmen sie jedoch auch an Aktionen der Rote Armee Fraktion teil. Raspe hatte Fähigkeiten auf technischem Gebiet. Mutmaßlich fertigte er die Bomben für die Mai-Offensive 1972. In jenem Jahr war Raspe an fünf Springstoffanschlägen beteiligt, bei denen vier Menschen ums Leben kamen und über 50 verletzt wurden. Außerdem war er an mindestens einem Bonk-Überfall in Berlin und einem Einbruch zum Dokumentendiebstahl in Stuttgart beteiligt. Haft, Verhandlung und Tod Raspe wurde am 1. Juni 1972 zusammen mit Andreas Bader und Holger Mainz in Frankfurt am Main verhaftet. Nach seiner Festnahme 1972 war Raspe zunächst in Köln-Ossendorf inhaftiert und wurde schließlich im Herbst 1974 in die JVA Stuttgart-Stammheim verlegt. Hier wurde er am 28. April 1977 nach fast zweijähriger Verhandlung im Stammheim-Prozess. Der erste Verhandlungstag war am 21. Mai 1975 und 192. Verhandlungen stagen zu lebenslanger Haft verurteilt. Raspe wurde am Morgen des 18. Oktober 1977 nach der Todesnacht von Stammheim schwer verletzt in seiner Zelle aufgefunden. Nachdem er sich mit einer Pistole in den Kopf geschossen hatte, er erlag am gleichen Tag seinen Verletzungen. Andreas Bader und Gudrun Ensslin töteten sich ebenfalls selbst. Jan Karl Raspe wurde gemeinsam mit Bader und Ensslin auf dem Dornhaldenfriedhof in Stuttgart beigesetzt. Schriften Erste Berliner Landfriedensbruchbuch Oberbaumpresse Berlin Zur Sozialisation proletarischer Kinder Verlag Roter Stern Frankfurt am Main 1972 ISBN 9783878770374 Film Stammheim von Reinhard Hauf mit Hans Kremmer in der Rolle des Jan Karl Raspe nach dem Buch von Stefan Aust Der Bader-Meinhof-Komplex von Uli Edel und Bernd Teichinger mit Nils Bruno Schmidt als Jan Karl Raspe ebenfalls nach dem Buch von Stefan Aust Der Bader-Meinhof-Komplex von Uli Edel und Bernd Teichinger mit Nils Bruno Schmidt als Jan Karl Raspe der Bader-Komplex von Uli Edel und Bernd Teichinger mit Nils Bruno Schmidt als Jan Schatz